Hier in Stuttgart fand heute das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft statt. Ganz nach dem Motto, die ganze Stadt ein Stadion, waren wir für euch an unterschiedlichen Orten im Einsatz und haben die Stimmung vor und nach dem Spiel eingefangen. Also die Atmosphäre ist sehr gut, die Stimmung ist echt Bombe. Es sind so viele Menschen, jede Kultur, alle sind zusammen, feiern zusammen. Es ist echt richtig schön. Überragend hier, der Fanmarsch, der war Wahnsinn. Bisschen platt jetzt, aber jetzt geht's los im Stadion. Wir brauchen 3-0, dann ist die Stimmung noch besser. Hammer! Wir sind mega drauf, wir freuen uns, wird geil! Ja, es ist Wahnsinn. Es ist cool dabei zu sein erstmal und die Stimmung ist genial. Also das im eigenen Land ist schon, ist ein Erlebnis auf jeden Fall, ja. So viel zur Stimmung rund um das Stadion. Wir waren für euch auch in der Fanzone und haben gemeinsam mit 30.000 Fans das Spiel der deutschen Nationalmannschaft begleitet. Was sagt ihr zur ersten Halbzeit? Musiala, starkes Ding, Junge! Starkes Ding! Sehr stark! Stark gespielt! Es ist eine sehr starke Halbzeit. Es ist sehr wichtig, dass Deutschland das erste Tor gemacht hat. Ungarn spielt extrem gut, aber wir müssen weitermachen und in der zweiten Halbzeit nachlegen. War sehr, sehr gut. Gut gespielt. Leider nur ein Tor machen können, aber hier, das zuerst geht 2-0 aus. Havertz macht's noch. Ja gut, wir hätten ein paar mehr Tore machen können, aber sonst super. Also klar, die paar Tore, wo wir Glück hatten mit dem Abseits und so, waren scheiße, aber sonst alles super. War auf jeden Fall sehr stark, kann man sich nicht beschweren. 1-0, ja. Stark, aber ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, ausbaufähig, absolut. Baba, was soll ich sagen? Wir führen 1-0, wir hauen die Ungarn weg, wir gehen ins Achtelfinale, hauen dort England weg und dann geht das Ding nach Hause, sage ich ehrlich. Was sagst du, Junge? Ich kann ihm nur recht geben. Es wird ein easy win dieses Jahr. Alle anderen Mannschaften können nichts. Und wo siehst du die Unterschiede zum Auftaktspiel gegen Schottland? Ja, gegen Schottland konnten wir relativ schnell das zweite Tor machen. Das fehlt hier noch, deswegen ist immer ganz gefährlich. Wenn jetzt eins fällt, ist wieder Unentschieden. Aber ich bin doch recht zuversichtlich. Ja, viel weniger Tore natürlich. Wir haben nicht so ganz die Oberhand wie beim letzten Spiel, aber ich glaube, das wird noch. Ich habe 3-1 getippt, das wird noch. Wir haben bei den Fans in der Fanzone nachgefragt, wie sie das Spiel gegen Ungarn erlebt haben. Was sagt ihr zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn? Also, ich muss schon sagen, war überragend. Ich meine 1-0, dann direkt nach der zweiten Halbzeit 2-0 umgestellt, Decke war drauf. Und dann spielt man das halt überragend runter. Ich meine, am Ende kann man vielleicht noch den einen oder anderen Außenseiter einwechseln, damit jeder auf seine Spielzeit kommt. Aber sonst sage ich, Chris Führig! Überragend. Überragend. Die spielen so gut zusammen. Endlich mal wieder. Noch nicht so gut. Endlich wieder. Eigentlich nur unglaublich, dass wir jetzt mit 6 Punkten schon so weit gekommen sind. Die nächste Runde kann uns keiner mehr nehmen. Und das letzte Spiel gegen die Schweiz können wir einfach nur genießen. Was war heute ausschlaggebend für den Gewinn? Ausschlaggebend für den Gewinn? Ich würde sagen, dass es in Stuttgart war. Auf jeden Fall. Im Lenden läuft es einfach. Ja, hier. Absolut. Und wie geht es jetzt weiter für die deutsche Nationalmannschaft? Wir hauen das nächste Spiel nochmal alles raus. Drei Punkte und dann sind wir Gruppenerster und dann geht es weiter. Ja, hoffentlich natürlich erster Platz. Europameister. Wir werden Europameister! Mehr kann man nicht sagen. Wir werden Europameister. Hoffentlich schon die ein paar Leute im dritten Gruppenspiel, wenn es eh um nichts mehr geht. Und dann werden wir Europameister. Und wie haben die Fans im Stadion das Spiel erlebt? Geiles Spiel. Stimme weg. Stimme weg. Einfach nur genial. Wirklich geile Stimmung da im Stadion. Wahnsinn. Und Toni. Toni unser bester. Nichts Querpassschieber, wie sie alle sagen. Einfach nur geil, was der macht. Das war mega cool. Wir haben Last-Minist-Tickets bekommen und ich freue mich so sehr, dass ich dabei sein konnte. Ja, ich würde sagen, Pflichtaufgabe erfüllt. Kein Gegentor bekommen. 2 zu 0. Solide Leistung. So müssen wir weitermachen. Krass. Einfach dieses Gefühl im Stadion zu sein. Das ist unbeschreiblich toll mit allen anderen zusammen. Ja. Was denkt ihr denn, wie geht es für die deutsche Nationalmannschaft in der EM weiter? Ja, also Finale auf jeden Fall. Und Sieg denke ich auch. Ja, die gewinnen 100 Prozent. Und wie geht es für euch noch weiter? Wo feiert ihr noch? Ähm, jetzt geht es erstmal noch in irgendeine... Ist denn nach Hause? Keine Ahnung. Das waren unsere Eindrücke rund um das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn hier in Stuttgart. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die Mannschaft ja noch einmal im Viertelfinale in Stuttgart. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Stucke TV.